Das Finale ist gestartet! The final run! Kopf an Kopf ran! Watch out over this! Hold it! Break it! LTX against Poland! Final run! Final run! LTX Team! Rhythm women! In front! LTX relay! Und jetzt knallt sie durch die Türe! Beide gleichzeitig! Und jetzt liegt es wirklich nur noch an der Drucke! Der Dummy bei beiden um! LTX against Poland! United States of America against Poland! Meine Damen und Herren! Spannender kann es nicht sein! Polen gewinnt das Team hier! 1-15-27 gegen 1-16-48!